Danke, dass wir hier sein dürfen. Das ist wirklich eine Freude und auch ein Vorrecht für uns in dieser Weise mit euch zusammen. Das Wirken Gottes zu erleben. Ich glaube, wir alle wollen mehr von ihm, oder? Und wenn Johannes schon sagt, was er auch bei uns, vielleicht in der Familie und manches gesehen hat, Johannes hat auf unseren Sohn sehr positiven Einfluss gehabt in der Zusammenarbeit dieser Jahre. Unser Sohn ist jetzt in der Schweiz, im Jugendbereich, tätig in der Gemeinde. Und er erzählt mir immer wieder mal und sagt, mit Johannes, das war schon besonders. Und das hat er sehr geschätzt. Und deswegen, es braucht eigentlich jede Generation. Und jeder, der investiert, glaube ich, wird irgendwann das Aufgehen dieser Saat erleben. Deswegen herzlichen Dank, auch in dieser Hinsicht. Danke auch für die Spende, die ihr hier gesammelt habt, diese Kollekte fürs Glaubenszentrum. Das Glaubenszentrum, wie ihr gesehen habt, ist in dem Sinne einfach ein Werk, was ich glaube, was Gott ins Leben gerufen hat, um der Gemeinde ein Stück weit zu dienen, weiter die Ausrüstung junger Menschen hervorzubringen. Wir haben gerade jetzt Praktikanten, die durch unsere Missionsschule gehen. Die gehen jetzt gerade an diesem Wochenende in ein zehnwöchiges Praktikum. Pakistan, unter anderem Indien, Nepal, unter anderem und dann auch Brasilien. Also in ganz unterschiedliche Länder. Das ist meist doch ziemlich herausfordernd, so als junger Mensch mal ganz alleine in so einem Land und daraus auch ein Stück die Berufung seines Lebens dann zu finden. Aber es ist eine große Freude zu sehen. Wir haben zum Beispiel einen jungen Schweizer, der ist jetzt das dritte Jahr hier, hat also dieses Missionsmodul gemacht. Und er hat dann gesagt, jetzt geht er also nach Nepal. Und er hat gesagt, die größte Freude, die er in seinem Leben bisher erlebt ist, dass er merkt, mehr und mehr in diese Bestimmung reinzukommen, bei allen Herausforderungen, denen er sich bewusst ist, in die er jetzt gerade reingeht, auch der kulturellen Unterschiede und so weiter, Sprache nicht zu kennen und so weiter. Aber ich merke, da pulsiert etwas im Herzen von dem, ergriffen zu sein. Ich lebe in dem, wofür ich letztendlich geschaffen wurde. Und ich glaube, das ist für uns alle etwas ganz Entscheidendes. Und so finden wir immer wieder ein Vorrecht, wenn wir auch den einen oder anderen bei uns willkommen heißen können. Nun, ich möchte heute Morgen gar nicht weiter zu uns als Familie etwas vorstellen oder sagen. Ich denke, ihr habt uns mitbekommen in diesen Tagen. Ich möchte eigentlich ziemlich gleich zur Botschaft kommen, aber ein Punkt liegt mir auf dem Herzen. Heute Morgen hier, als wir in der Anbetung waren und auch viele Kinder hier sind, habe ich empfunden, und das möchte ich gleich in dem Gebet zum Start dieser Botschaft auch ausbeten mit euch. Ich glaube, Familie ist etwas ganz, ganz Kostbares. Es ist eigentlich eine göttliche Idee, die haben wir nicht erfunden, sondern die hat er erfunden. Ehe ist etwas ganz Kostbares. Wir sind jetzt 35 Jahre verheiratet. Ich finde, es wird nur besser als schlechter. Es ist immer kostbarer, miteinander das Leben zu teilen. Und es gibt so viele Menschen, denen das ziemlich egal ist. Und ich glaube, Ehe und Familie ist ein Aspekt unserer Gesellschaft, der stark angegriffen ist. Das merken wir auf jeder Ebene, schon bei den kleinen Kindern fängt es an und so weiter. Und ich möchte heute Morgen mit euch zusammen ein Segen über jede Familie, die hier ist und über jedes Ehepaar aussprechen. Ich glaube, wir sind priesterlich gesetzt zu segnen. Und das ist ein Vorricht, was wir haben. Und möge der Geist Gottes auf diesen Familien wirken und brüten und sein Werk tun, auch jetzt gerade in den Kinderstunden im Kinderbereich, den sie jetzt parallel laufen haben. Es ist erstaunlich, Kinder sind so unkompliziert manchmal für die geistliche Leitung. Wir Menschen, also Erwachsene, können manchmal zu Hause Fragen haben. Kinder stellen diese Fragen nicht. Die machen es einfach. Aber genau das ist, was wir eigentlich lernen dürfen von ihnen. Und deswegen, ich möchte kurz beten und dann werden wir direkt zu der Botschaft heute Morgen kommen. Vater, ich danke dir für jedes Ehepaar hier in diesen Gemeinden. Ich möchte dir danken für jede Familie, die du ins Leben gerufen hast. Es ist eine göttliche Idee, etwas so Kostbares, was du hervorgebracht hast unter uns Menschen. Du hast gesagt, es ist nicht gut, dass wir alleine sind. Wir brauchen diese Beziehungsebene. Wir brauchen dieses Miteinanderlernen. Und Herr, wir nehmen heute Morgen als deine Kinder einen Stand ein für Familie, für die Ehen. Und wir segnen sie. Ich bete, Geist Gottes, komme auf diese Familien, ganz neu. Dass die Familien gemeinsam dich, du wunderbarer Gott, du großer Gott erleben. Ich bete, gerade im Parallelprogramm der Kinder, komm, Heiliger Geist. Erfasse diese Kinder schon ganz früh. Gib ihnen geöffnete Herzensaugen, damit sie Jesus erkennen. In all seiner Schönheit und Herrlichkeit. Ich danke dir dafür. Und wir widerstehen diesem Werk des Feindes, der einfach Chaos, der zerstören will. Wir sagen, wir lassen das nicht zu. In dieser Gemeinde werden Ehen und Familien blühen und wachsen. In Jesu Namen. Danke auch, Vater, dass du heute Morgen nochmal zu unseren Herzen redest. Es ist ein Vorrecht, dass wir dein Wort haben dürfen. Es ist ein Vorrecht, dass wir diese Freiheit haben, uns zu versammeln vor deinem Angesicht. Und ich bete, öffne unsere Augen des Herzens, dass wir solche Menschen sind, die innerlich sehend sind. Und ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ja, wir haben ja das Thema Heiliger Geist, wir haben begonnen, Heiliger Geist, die Quelle des Lebens und so weiter, haben miteinander ein Stück weit gesehen. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, ist, gute Gastgeber für den Heiligen Geist zu sein. Eine Kultur des Heiligen Geistes durch Dankbarkeit und Freude zu entwickeln. Ja, wenn Paulus sagt, wir sind Gehilfen eigentlich oder Helfer der Freude, dann ist es ja ein Grund, wo wir uns täglich freuen dürfen. Versteht mich richtig. Auch gestern, das war nicht der Gedanke, so happy-clappy durch die Welt laufen, Kopf in die Luft, sondern ich glaube, im Herzen gibt es eine tiefe, echte Freude mit Substanz, die unser Leben prägen darf und soll als Gläubige und die uns eigentlich eine Kraft verleiht, die wir auch nötig haben in einer Zeit wie heute. Und deswegen geht es ja nicht um happy-clappy und mal ein bisschen Halleluja rufen, sondern vielmehr, dass unsere Herzen überfließend sind von der himmlischen Freude. Und wenn wir darin leben, glaube ich, werden Menschen um uns herum das spüren. Ich bin ja im Glaubenszentrum und früher habe ich viel mit Baut zu tun gehabt und bin manchmal gefragt worden von Vertretern oder Leuten eben aus der Wirtschaft, die mir begegnet sind und die haben immer wieder die Frage gestellt, wenn sie herausgefunden haben, meistens durch meine Sprache, als ich Schweizer bin, haben die dann gefragt und gesagt, hör mal, was machst du denn hier im Norden Deutschlands? Quasi hast du dich verlaufen? Dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Ja, aber hör mal, in der Schweiz, du könntest doch besseres Geld verdienen und hast doch ganz andere Möglichkeiten, da machen die Leute Urlaub und du bist hier im Norden, wieso denn das? Habe ich gemerkt, die können das nicht verstehen. Wisst ihr, ein Stück weit habe ich immer wieder gedacht, wie erkläre ich ihnen das eigentlich? Weil es ist nicht logisch. Es ist eigentlich nicht wirklich logisch. Aber dann habe ich ihnen gesagt, ich glaube, es gibt mehr als ein schönes Umfeld, wegen mir ein bisschen Geld und so weiter. Es gibt eine Lebensberufung. Kennst du die? Oh, okay. Ich mache meinen Job. Das hat man schon gemerkt. Okay, jetzt kommen sie eigentlich zu uns Fragen. Ja, was ist denn das hier? Was machst du denn hier? Okay, dann hatte ich plötzlich Gelegenheit, auch ihnen ein Stück weit zu erzählen, was denn eigentlich der Unterschied in meinem Leben, glaube ich, ist, warum ich gerade da bin und dürfte oft ganz simpel dann ein Zeugnis geben von dem, wie Gott eben auch leitet und wie das Leben eine ganz andere Erfüllung eigentlich hat, als die äußeren Dinge, die wir vielleicht im Leben zwar gerne genießen, aber nicht so bestimmend sein sollen. Und ja, damit bin ich heute Morgen bei einem Thema. Wir wollen heute Morgen miteinander diesen Gang nachgehen vom Geist geleitet leben. Ich glaube, dass wenn wir, gerade auch wie in diesem Wochenende, mehr vom Heiligen Geist erleben dürfen und erfahren dürfen, dann hat Gott eine Absicht, nicht damit wir einfach noch ein bisschen, sage ich mal, innerlich größer werden, noch mehr aufgepustet sind, sondern dass wir Menschen sind, die unter der Leitung des Himmels, unter der Leitung des Heiligen Geistes wirklich lernen zu leben und das macht ja den Unterschied. Das Glaubenszentrum hat unter anderem die Anfänge, ganz anfänglich im Haus Rehoboth, sind die ersten Kontakte unter anderem entstanden, ja, durch göttliche Führung. Das war nicht unbedingt menschliche Idee, sondern da waren göttliche Führungen drin und deswegen glaube ich, wir brauchen diese Geistleitung. Und nach der wollen wir heute Morgen in diesem kurzen paar Minuten miteinander suchen. Ich will einen Satz prägen und zwar Verfallssymptome. Wenn eine Gesellschaft ihren inneren Kompass verliert, dann zerfällt eine Gesellschaft. Und ich glaube, wir sind mittendrin, eine Gesellschaft, die den inneren Kompass völlig verloren hat und eigentlich in einem Zerfall besteht. Und deswegen brauchen wir Menschen und zu denen gehörst du und ich, die herausgelöst sind aus dem rein irdischen Leben heraus und die eigentlich unter eine Geistleitung kommen, um in diese Gesellschaft hinein eine Orientierung zu sein, die einen Unterschied macht, wo Menschen wieder Richtung finden und Orientierung finden. Ich hatte dieses erste Bild, seht ihr hier, sind wir wach, um Orientierung geben zu können, wie ein Leuchtturm oder eben auch im Leben brauchen wir eine Wachheit. Ich hatte das kurz erwähnt am Freitag, unsere Enkelin, die da runtergefallen ist und einen ziemlichen gefährlichen Sturz dann überlebt hat. Ich glaube, wir brauchen diese Wachheit innerlich. Und ich glaube, diese Wachheit gilt und die benötigt der Heilige Geist, dass er uns entsprechend leiten kann. Menschen, die innerlich nicht wachsam sind, die werden diese Leitung des Heiligen Geistes eigentlich gar nicht registrieren. In Römer 8, Vers 14 heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Und ich lese es noch nach der Neuen-Genfer-Übersetzung, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also die, die nicht von Umständen her geleitet sind, heißt es hier, sondern vom Geist Gottes geleitet sind. Und zu denen hoffentlich willst du nicht gehören, oder? Nicht Menschen, die orientierungslos durch diese Welt gehen, was wir vielleicht vom Natürlichen tatsächlich ein Stück weit sind. Ich würde sagen, vom Natürlichen sind wir in unserer Gesellschaft und Situationen in vielerlei Hinsicht, glaube ich, ziemlich überfordert. Wie wollen wir auf all die Fragen eine Antwort geben? Aber ich glaube, dass der Geist Gottes uns genauso wie Jesus leiten möchte und dass wir lernen dürfen, dieser Leitung zu folgen. Ist das eine mühsame, anstrengende Lebensweise, dieser Leitung des Heiligen Geistes zu folgen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist nicht eine krampfhafte Leistung, die wir eigentlich erbringen müssen, sondern ich glaube, vielmehr ist es, wie ich am Schluss nochmal aufgreifen werde, eine gewisse innere Abhängigkeit, wo wir nicht alles im Griff haben, sondern uns bewusst sind, wir brauchen. Wir benötigen diese Leitung und wir suchen sie auch innerlich. Und deswegen, ich komme aus der Autobranche und da können wir mal das nächste Bild, eine gebrochene Achse, hier sehen, also hier ein tolles Fahrzeug, aber die Achse ist gebrochen, damit ist das Ding unlenkbar. Es lenkt selber, wenn es noch gefahren ist, meistens in eine falsche Richtung, nicht die Richtung, die wir wollen. Lieben, ich glaube, was wir merken, ist, wenn ein Fahrzeug in Bewegung ist, durch die Servolenkung kennen wir das heute gar nicht mehr so, aber früher, die noch keine Servolenkung kennen, das war anstrengend, wenn es still gestanden hat. Da musst du so richtig drehen und zerren am Lenkrad. Heute Servo, das ist ja einfach, das ist ja kein Problem mehr, weil wir eine Fremdhilfe haben. Aber, genauso ist es im Leben, stehend wirst du nicht lenkbar sein vom Geist Gottes. Du musst dich in Bewegung setzen. Du musst in dem Sinne anfangen, Schritte zu gehen. Und manchmal ist es ja so, dass wir am Beginn des Tages vielleicht noch gar nicht genau wissen, was jetzt durch diesen Tag uns alles begegnet und was wir vielleicht an Leitung erleben. Und zwar an himmlischer Leitung. Ich würde es mal so bezeichnen, so wie, ihr kennt das Linienbusse, die also diese elektrische Leitungen hängen haben oder auch in Wuppertal, die Hängebahnen und so weiter. Die können einfach dieser Linie folgen. Und ich glaube, wir brauchen diese Verbindung zum Himmel, wo wir in dieser Abhängigkeit vom Himmel her letztendlich folgen und geleitet werden. Das ist eigentlich, würde ich sagen, gar nicht so kompliziert. Es widerspricht manchmal unsere eigene Logik, weil die etwas anders ist. Aber ich glaube, diese Leitung brauchen wir. Dadurch, was es benötigt, ist eben ein inneres, intaktes Leben, wenn es kaputt ist, wenn etwas defekt ist, dann werden wir eben nicht lenkbar sein. Wenn ich das im Leben Jesu anschaue, dann finde ich das ja sehr interessant, wie er eigentlich oft gelenkt durch den Geist Gottes Situationen völlig unerwartet erfasst hat. Denkt mal, gerade heute Morgen, glaube ich, ist erwähnt worden, in der Gebetszeit, Jesus am Jakobsbrunnen. Begegnet dieser in dem Sinne, eine Frau, die jetzt nicht gerade so ein vorbildliches Leben gelebt hat. Die Jünger waren also unterwegs, hatten Hunger und haben was besorgt, so wie wir es manchmal machen. Und Jesus bleibt da zurück in einem Brunnen und fängt ein Gespräch an mit einer Samariterin, was sowieso Juden nicht gemacht haben. Die wollten keinen Kontakt mit Samaritern und so weiter. Er bricht jede Form von Regel. Dann noch ein Jude mit einer Frau alleine. Man merkt schon, als die Jünger zurückkommen, die waren irritiert, was ist jetzt los, dass unser Meister hier mit einer Frau alleine redet. Passt überhaupt nicht in das Schema rein. Aber genau das ist es, was der Geist Gottes macht. Vieles passt nicht in unser Schema rein. Aber wir merken plötzlich, Moment mal, hier hat Gott gerade einen Kadus-Moment vorbereitet. Er hat eine Gelegenheit, wo seine Führung reinkommt. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass Jesus in dem Moment so innerlich ein Stück weit, na ja, seine Prägung, seine Kultur und sein Verstand jetzt nicht vorherrschen lassen durfte. Sonst hätte er gesagt, nee, das geht ja gar nicht, was jetzt gerade hier stattfindet. Er kannte ja die jüdische Kultur. Er ist darin aufgewachsen. Aber merkt ihr, Jesus war nicht geleitet von Kultur, von Umständen, sondern war ganz klar geleitet vom Heiligen Geist. Und wir reden heute noch von dieser wunderbaren Begebenheit, die daraus entstanden ist. Und da merken wir, wie wir entscheiden, dass es ist, solche Momente nicht zu überhören. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Alltag in dem Zusammenhang auch kurz erwähnen. Und zwar, ich hatte es schon erwähnt, bei dem Bau der Erweckungshalle, das war schon eine gewisse Herausforderung für mich. Ich hatte das erwähnt mit einem Fliesenleger, dass der da plötzlich aufgetaucht ist, wo ich lauter Angebote eigentlich einholen sollte, aber eben innerlich gestoppt war. Es gab noch einen zweiten Fall. Und zwar ist es so, dass wir sind in einer kleinen Stadt in Bad Gandersheim, da gibt es in dem Sinne jetzt keine größere Elektrikerfirma, die für so ein Objekt wie in der Erweckungshalle mit 1200 Sitzplätzen geeignet war, in elektrische Arbeiten auszuführen. Ja klar, wir hätten in Göttingen oder Hannover suchen können und so weiter. Das sind natürlich immer Anfahrtskosten und so weiter, die damit verbunden sind. Und hatten lange überlegt, wir haben auch einen Elektriker als Mitarbeiter gehabt, haben gedacht, okay, einen Teil könnten wir vielleicht auch selber machen, ein paar Kabel verlegen kann man ja dann auch noch und so weiter, aber man muss ja überhaupt ein ganzes Konzept zuerst mal haben. Und so hatten wir da gebetet und überlegt, wie wir das angehen und dann meldet sich ein Mann so Anfang 60, ich kannte den nicht und habe nur mitbekommen, ja, der Sohn ist auf der Bibelschule, aber der Vater ist nicht gläubig, der hat früher bei IBM gearbeitet, war da in seinen Hausmeistertätigkeiten in Frankfurt und er meldet sich, ja, er würde gerne mal mit uns ins Gespräch kommen, mit einer Baustelle und so weiter, er ist Frührentner, vielleicht könnte er uns ein bisschen helfen. Und wie es so manchmal ist, wenn man jemanden nicht kennt, ist man ein bisschen vorsichtig. Wenn wir dem jetzt gleich so eine Sache anvertrauen, ist ja auch ein Risiko, könnte ja total daneben gehen. und ich bin eher der vorsichtige Typ, der schon mal etwas sachlich überlegt, ob das denn Sinn macht oder nicht. Der Mann kam, ich habe den kurz kennengelernt, gemerkt, okay, ist ganz nett, weiß auch, was er gemacht hat und so weiter, konnte mir ein paar Projekte beschreiben, habe gedacht, nicht schlecht und habe mich entschieden, ich gebe ihm die Gelegenheit, zuerst mal einen Plan zu stellen zur Elektrik. In dieser Größenordnung muss man ja auch entsprechend planen. Dann haben wir das mit ihm gemacht und ich habe gemerkt, doch, das funktioniert recht gut. Er weiß schon, was er macht und was wir bräuchten und wie er das angehen kann und habe eigentlich auch gemerkt, die Zusammenarbeit funktioniert und dann ging es darum, ja, okay, wir haben jetzt einen Plan, wie machen wir es mit Umsetzung? Dann kam er auf mich zu und sagt, hör mal, also, ich bin jetzt nicht der Jüngste, der hat zwölf Meter hoch auf der Leite, das will ich nicht mehr, aber wenn du mir einen jungen Mann zur Seite gibst, dann bin ich bereit, diese ganze Umsetzung der Elektrik auch entsprechend in die Hand zu nehmen und das anzuleiten und das alles kostenfrei. Das hört sich gut an. Ist ja immer gut, wenn es kostenfrei ist. Aber das Außergewöhnliche, was eigentlich dann kam, das hatte ich bis dahin gar nicht erahnt. Er hat dann angefangen, mit einem jungen Mitarbeiter von uns, diese Elektrik zu verlegen und die ganzen Sachen umzusetzen, kilometerweise Kabel verlegt und so weiter. Und ich habe den tagsüber beobachtet, er hat uns beobachtet, er hat unsere Lobpreiszeiten erlebt und währenddem er bei uns auf dem Bau so tätig war, er kam ja als ungläubiger Nichtchrist, kam er zu uns und hat einfach gesagt, ich habe Zeit, ich würde also gerne was machen, hat er gemerkt, dass unser Christenleben, ich sage mal, keine Theorie ist, sondern authentisch ist. Und irgendwann sagt er, hör mal, genau das, was ihr habt, das muss ich haben. Ich möchte diesen Jesus auch haben. Das ist ja ein Ding, ne? Arbeitet also mit, macht uns eigentlich einen tollen Dienst, aber kommt dahin, wo er Jesus begegnet und sein Leben Jesus übergibt. Der hat wirklich hinterher gesagt, was Besseres konnte mir nicht passieren, ich habe gesagt, was Besseres konnte uns nicht passieren. War für beide Seiten großartig. Ihr merkt, am Anfang, ich musste so ein bisschen aufs Wasser gehen, aber mittendrin habe ich gemerkt, wow, Gott hat einen wunderbaren Plan. Ich glaube, dieser Mann hätte in dieser Weise, glaube ich, anderswo wahrscheinlich sein Leben Jesus nicht übergeben, war so ein bisschen skeptisch von Natur aus, aber dieses Zusammenleben, Zusammenarbeiten hat ihn überzeugt. Da ist Jesus und der ist echt. Und das ging auch danach weiter in seinem Leben, also eine sehr ermutigende Geschichte, aber warum erwähne ich das? Ich glaube, wir brauchen diese Geistleitung. Wir brauchen diese Momente, die man menschlich gar nicht schaffen kann. Ich hatte den ja nicht gekannt und keine Idee und den hätte ich auch nicht gefragt, weil wie will man einem wildfremden Mann so ein Projekt anvertrauen, ist nicht unbedingt gerade so logisch. Aber um es abzuschließen, der war so exzellent, war ja bei IBM wirklich auch die neuste Technik kannte und Erfahrung hatte und während der Elektrik tätig ist in den letzten 20 Jahren ist ein Riesensprung nach vorne gemacht worden. Das, was er damals verlegt hat, ist heute noch absolut auf dem Standard. Da kann man nur sagen, wow, der Mann hat wirklich was verstanden von seinem Handwerk. Und das ist natürlich ein Riesengewinn für so eine Erweckungshalle. Wir haben kaum ein neues Kabel verlegen müssen seitdem. also exzellent, was Gott zusammenführt. Nun, ich möchte, bevor wir dann am Schluss diesen Gedanken nochmal aufgreifen, wie wir in unserem eigenen Leben diese Führung des Heiligen Geistes wirklich lernen dürfen und auch erleben dürfen, noch kurz zu Römer 8, Vers 19 kommen. Und zwar Römer 8, Vers 19, da heißt es, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und dann in Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitzäuft und mit in Wehen liegt bis jetzt. Wenn wir diese Worte hier lesen, dann merken wir, die sind sehr emotional. Er redet hier von einer tiefen Sehnsucht, einem tiefen Verlangen, an Harren und an Seufzen. In diesem Text in Römer 8 kommt das Wort Seufzen mehrfach vor. Er redet dann auch von Wehen, von Schmerzen in diesem Zusammenhang, dass offensichtlich selbst die Schöpfung darauf wartet, dass die Söhne Gottes hervorkommen. Und wir haben ja gesehen, Römer 8, Vers 14 sagt, das sind die Söhne Gottes, die vom Geist Gottes geleitet sind. Ich glaube, es gibt einen unhörbaren Schrei tief in dieser Schöpfung der Hände. In so vielen Leben, aber auch in der Natur, unter anderem glaube ich, ein tiefer Schrei, der eigentlich nach Erlösung ruft. Wann wird dieses ganze Chaos beendet? Wann wird dieses Leid beendet? Wann wird die Wende kommen? Ich glaube, da ist so ein Hunger. Und wir merken das auch bei der jungen Generation, unter anderem, Friday for Future und so weiter, die gehen auf die Straßen, die machen alles Mögliche, ein Stück weit ein Schrei für die Natur zu stehen und so weiter, aber ganz ehrlich, manchmal denke ich mir, es ist ein völliger Widerspruch, was die machen. Kommen wir im dicken SUV an, aber protestieren für die Natur. Dafür sollen wir stehen. Wo ich sage, Leute, das Leben stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. Also wenn wir schon so für die Natur stehen wollen, dann müssten wir eigentlich einen anderen Lebensstil wählen. Aber das wollen die ja nicht. Ich weiß, ich bin ein bisschen grob, ein bisschen, aber ich frage mich manchmal, all die Stimmen, die so zu hören sind, ja, ich glaube, da ist ein Schrei drin, da ist irgendwie ein Verlangen drin, aber das eigene Leben stimmt ja gar nicht. Um eine wirkliche Antwort darauf zu geben. Und wisst ihr, ich glaube, da ist ein Schrei. Den können wir in verschiedenen Arten und Schichten in dieser Gesellschaft wahrnehmen. Ich glaube, es gibt so viel Enttäuschung, so viel Leid, Millionen von Kindern, nicht übertrieben, Millionen von Kindern leiden, gerade wie heute Morgen in dieser Welt, werden ausgebordet, niedergehalten, verachtet, schlecht behandelt und so weiter. Sie leiden förmlich und ich glaube, diese Kinder, die haben ja keine Stimme in dem Sinne, dass sie gehört werden von der erwachsenen Welt. Es wird einfach über sie bestimmt. diese Kinder wünschen sich ein anderes Leben, eine andere Zukunft. Nordkorea, glaubt mir, Millionen von Menschen, da ist ein Schrei. Wann zerbricht diese Ungerechtigkeit, dieses harte Regime, diese Unterdrückung? Iran, da merken wir jetzt in den Medien kommt es immer wieder hoch, ja? Menschen, die ungerecht das Leben verlieren, hingerichtet werden, aus irgendwelchen brutalen Gründen heraus, Vorwürfen, die manchmal nicht mal wirklich belegt sind und mittendrin, das finde ich das wunderbare, mittendrin im Iran ist eine große Weckung. Im Untergrund brodelt es, weil der Geist Gottes in diesem Land wirksam ist. So könnten wir viele, viele Dinge in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, auch hier in Deutschland anschauen. Glaubt mir, es gibt ein unhörbarer Schrei, auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft drin. Und das Leben in Großstädten sieht, tragisch, finde ich, was da alles gelebt wird. Und dann der Schrei, auch der Kreislauf der Vergänglichkeit, der durch die Sünde eigentlich entstanden ist. Und ich glaube mittendrin, dieses Wehen, wie eine Frau, wer das schon mal miterlebt hat, diese starken Schmerzen, diese wellenartigen Schmerzen, die kommen, damit etwas Neues geboren wird, neues Leben hervorkommt. Und man, Jesus sagt, Matthäus 24, ja ganz klar, dass eigentlich Wehen in der letzten Zeit kommen werden, in dem Sinne, so schubartige, starke Entwicklungen, nicht einfach, um uns Menschen leiden zu lassen, sondern weil Gott mittendrin etwas hervorbringen möchte. Wehen haben ja keinen Zweck in sich, außer dass das neue Leben hervorgebracht wird. Und ihr Lieben, ich glaube, Gott hat keine Freude, dass so viele Kinder, Millionen von Kindern leiden und diese ganze Natur auch so ausgebeutet wird und eigentlich zerschlagen wird, sondern ich glaube, da ist ein Schrei. Nach was? Nach den Söhnen und Töchter Gottes, die eine Antwort sind auf diese Unterdrückung, auf dieses Ausbeuten, auf dieses ungerechte Handeln hin, die letztendlich im Geist Gottes aufstehen, die selbstlos einen Unterschied machen in dieser Zeit. Glaubt mir, wenn Jesus heute auf dieser Welt wäre, hier, und wenn wir ihn um eine Million multiplizieren könnten, die Welt würde anders aussehen, oder? Glaubt ihr, dass wenn wir in das Bild Jesu verwandelt wären, dass diese Welt eine Veränderung erlebt? Ich glaube sehr wohl. Ich glaube sehr wohl. Was eigentlich der Schrei ist in der Schöpfung aus meiner Sicht, ist, dieser Schrei ist da, wo sind Menschen, die eben vom Geist Gottes erfüllt, vom Geist Gottes geleitet, die verändert leben, die nicht die Natur ausbeuten, die nicht Kinder ausbeuten, die nicht egoistisch ihr Leben in eigenem Sinn letztendlich nur umsetzen und damit so viel Zerstörung bringen, sondern wo sind Menschen durch deren Leben Gottes Segen und Gottes Ordnung, Gottes Liebe wieder in diese Welt hineingetragen wird. Ich kenne einen ehemaligen Schüler von uns, der ist inzwischen um gut 40 Jahre lang in Afghanistan tätig, ist von den Taliban verfolgt worden, 120 Tage in einem Container gefangen gewesen und so weiter, hat brutale Zeiten dort erlebt, ist in dieser Zeit, wo er geflohen ist, ist sogar auf sein Fahrzeug geschossen worden, er hat das immer wieder überlebt und nachdem er unter anderem auch wieder mal geflohen ist und dann rauskam, kam er nach einiger Zeit später wieder zurück nach Afghanistan und die Taliban haben ihn gefragt, wieso kommst du wieder? Wir haben dich doch versucht umzubringen, wir haben dich versucht loszuwerden und du kommst wieder, ich komme wieder, weil Gott euch liebt. Da war ein Sprachlos, was sollen die noch sagen? Ist der Mensch verrückt? Nein, da ist geistgeleitet, versteht ihr, was ich meine? Der ist geistgeleitet, ich würde sein, er ist ein Sohn Gottes, der kommt nicht, um seine eigenen Vorteile zu suchen, sondern sein Leben zu geben, damit ihnen Leben gebracht wird. Und wir lesen, dass sehnsüchtige Haaren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Versteht ihr das in Warten in dieser Gesellschaft, dieser Schöpfung drin, auch heute, nach einer Antwort, die du und ich sein dürfen? Gott möchte eine Antwort durch dich und mich in diese Welt hineingeben. Und deswegen, glaub mir, deswegen ist die Gemeinde so wichtig, deswegen bist du nicht nur für den Himmel wichtig, sondern jetzt schon in dieser Zeit. Du und ich, wir dürfen einen Unterschied machen, indem wir in einer anderen Gesinnung, in einer anderen Lebensweise unterwegs sind, eben wie von diesem missionaren Afghanistan. Ja, wir haben vielleicht äußerlich nicht die Herausforderung, wie er sie hat, ja, das stimmt, aber ich glaube, wir haben manche innerliche und auch in dem Sinne nicht artikulierte Widerstände, mit denen wir zu tun haben und auch viele Verführungen und Ablenkungen, die uns das Leben hier in diese Gesellschaft bringen möchte und mit denen wir konfrontiert sind. Aber ich glaube, eines, was deutlich wird, es ist also die Suche, ich sage mal, nach dem neuen Menschen, nach dem Christus Menschen, nach den Söhnen Gottes, nach den Töchtern Gottes, diese Suche ist in der Schöpfung unterwegs. Und ich glaube, ihr Leben, ihr kennt das, Kinder können eigentlich nicht Erben sein. Sie können Erben sein, aber sie können ihre Erbschaft noch nicht in Besitz nehmen. Wenn die Eltern verstorben sind und die Kinder unmündig sind, können sie nicht automatisch dieses Erben Besitz nehmen. Aber Söhne, die reif geworden sind, die werden dieses Erben Besitz nehmen. Und ich glaube, dass es darum geht, es heißt ja nicht, das sehnsüchtige Haare in der Schöpfung wartet auf die Kinder Gottes, sondern im Urtext steht, richtig, Söhne Gottes, nach Erwachsenen, geistlich reifen eben eine andere Lebensweise wählen, als der natürliche Lebensweg ist. Und ich glaube, Jesus war eben so ein Bild, ein wunderbares Vorbild, was uns eigentlich aufzeigt, wie ein geistgeleiteter, reifer Mensch leben kann. Und ich finde es so interessant, das Leben Jesus zu studieren. Die ersten zwölf Jahre lesen wir eigentlich nichts sehr Außergewöhnliches, außer dass er in einem Haus von Josef und Maria aufgewachsen ist und so weiter. Mit zwölf Jahren ist er dann im Tempel. Und was sagt er in dieser Situation, wo die Eltern ihn dann nach drei Tagen suchen, finde ich schon auch ein Ding, wenn man zwölfjährigen drei Tage lang suchen muss, dann sagt er, muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist. Hey, da hat sich im gewissen Sinne angefangen, langsam einen Sohn in die Reife zu entwickeln und hat verstanden, meine Eltern hat eine wunderbare Aufgabe für mein Leben wahrgenommen, aber mehr und mehr komme ich unter die Leitung des himmlischen Vaters und der werde ich folgen. Ob ich immer ganz verstanden werde oder nicht, ist zuerst mal nicht entscheidend. Ob ich immer akzeptiert werde, ist auch nicht entscheidend. Das merken wir später im Leben Jesu war das immer wieder der Fall. Er wurde oft nicht akzeptiert, oft nicht verstanden, infrage gestellt, bis hin zu seiner Kreuzigung. Hat er sich davon irritieren lassen? Nein, er ist der Leitung des Heiligen Geistes gefolgt. Selbst seine engsten Jünger konnten nicht verstehen, wie er diesen Weg ans Kreuz wählt. War nicht logisch, oder? Aber war ein wunderbarer Weg, eine Lösung für uns. Und so sind die Wege des Geistes für uns oft nicht wirklich logisch. Und ich glaube, dass es darum geht, dass wir erfüllte Menschen sind vom Heiligen Geist in dieser Zeit, dass wir lernen, in dieser Fülle zu leben. Ich habe davon gesprochen gestern, dass es wie ein Leck in unserem Leben geben kann, wo immer wieder Dinge rausfließen, verloren geht, die Fülle verloren geht und wir eigentlich nicht in dieser Fülle leben, aber ich glaube, Jesus und auch die Apostel merken, wie sie haben es verstanden, in dieser Fülle des Geistes zu bleiben, zu leben und ich glaube, deswegen ist so wichtig, dass wir diesen Weg auch beachten und lernen zu verstehen, wie wir eben in dieser Geistleitung leben können. Nun möchte ich über ein paar Hindernisse sprechen, die dieser Geistleitung im Weg stehen und da können wir die nächste Folie Hindernis, betrachten. Leben eines der Dinge, die ich glaube ganz essentiell für uns gerade als Erwachsene ist, wir möchten doch alles selbst im Griff haben. Unsere Bundeskanzlerin, wir schaffen es, wir schaffen es. Ganz ehrlich, haben wir es geschafft, ein Virus zu besiegen? Quatsch, überhaupt nicht. Haben wir nicht geschafft. Der Coronavirus hat uns eher beherrscht. Aber wir haben es nicht geschafft. Ich würde sagen, es ist eine göttliche Gnade, dass dieser Virus seinen Rückzug angelegt hat und in dieser Weise seine Kraft verloren hat. Das war tragisch genug, oder? Aber unsere Regierung hat es nicht geschafft. Wir haben es auch nicht geschafft. Ich glaube, eines der Probleme, die wir haben, ist, dass wir denken, wir könnten irgendwie alles und möchten es gerne in unserem eigenen Leben im Griff haben. Teenies wird schon beigebracht, du musst da mal gucken, dass es mit der Rente stimmt. Unser Sohn, von dem Johannes erzählt hat, der hat eine Ausbildung gemacht in der Industrie und kam eines Tages so mit 18 nach Hause und war richtig aufgewühlt und ich habe gemerkt, ihn ärgert was. Und dann habe ich mit ihm geredet und gesagt, hör mal Tommy, was ist denn los? Hör mal Papa, die haben mir versucht beizubringen, dass ich jetzt schon an meine Rente denken soll und dies und jene zweite Säule anlegen soll und so weiter. Er hat mir gesagt, so ein Quatsch Papa, dafür bin ich doch nicht geboren, damit ich in Rente noch überlebe. Ich möchte mit meinem Leben was anfangen. Und ich habe gesagt, hey Junge, zwei Daumen. Das Leben ist doch nicht einfach nur da, damit wir älter werden und vielleicht den Rentner noch sagen, bitte versteht mich richtig, ich bin nicht gegen ein Vordenken. Aber wenn das alles ist, was wir im Leben vorhaben, damit wir uns vielleicht versuchen noch ein bisschen abzusichern, das kann doch nicht unsere Lebensbestimmung sein, oder? Das ist oft viel zu gering. Dann sind wir nur ein Wirtschaftsprodukt. Ein paar was zu leisten und damit später aussortiert zu werden. Das kann es doch nicht sein. Ich bin sicher, dass Gott für jeden von euch mehr vorhat als die Rente. Das hat ihr mit mir? Also garantiert. Und ich finde, gerade in diesem Zusammenhang müssen wir uns lösen, von diesem alles im Griff haben zu wollen. Ganz ehrlich, wenn wir ein bisschen aufrichtig denken und ehrlich denken, können wir ehrlich, können wir nicht. Es wird uns zwar so dargestellt, die haben alles im Griff, werden wieder neue Noten gedruckt und so weiter und dann läuft das wieder ein bisschen, aber irgendwann funktioniert das ja nicht mehr. Ich will keine Angst auslösen, ich möchte nur eines, ich glaube, wir müssen uns bewusst werden, wir sind letztendlich täglich abhängig von unserem Herrn, täglich. Und das ist eigentlich ein guter Lebensstil. Kinder sind abhängig, aber die machen sich darüber keine Sorgen, die freuen sich da. Und ich glaube, wir sollten ein bisschen entspannter unterwegs sein, weil wir wissen, der Herr wird doch für uns sorgen. Er hat das im Blick. Und so viele Lebensbereiche, wo wir uns so viele Gedanken machen. glaubt mir, dieses ständig beschäftigt sein mit allem Möglichen, wo wir Energie und Aufmerksamkeit und wir verpassen mittendrin eigentlich die Dinge, die Gott für unser Leben vorhat. Und zudem würde ich sagen, Unabhängigkeit ist eigentlich ein ganz klarer Ausdruck von Stolz. Ich weiß, das mögen wir nicht, hören wir nicht gerne, aber unabhängige Menschen sind eigentlich durchwegs sehr stolze Menschen. Und Gott sagt, er widersteht dem Stolzen, aber dem Dem Demütigen gibt er Gnade. Das dem Danach Streben, alles irgendwie selbst im Griff zu haben. Ich glaube, wir sollten vielmehr danach suchen, in dieser Abhängigkeit von unserem Herrn zu leben. Das Zweite, was ich erwähnen möchte, was ein Phänomen besonders unsere Zeit ist, ich glaube, diese Unruhe, diese Hektik, dieses ständig beschäftigt zu sein. Ich glaube, dass das Smartphone und die ganze Cloud und die ganzen Möglichkeiten, die zwar alle nett sind, aber uns eigentlich innerlich sowas von beschäftigt halten. Wir merken es ja selbst am Wochenende, das Ding piept, das meldet sich, das vibriert, wir kommen eigentlich kaum zur Ruhe. Ich finde es richtig gut, dass hier im Gottesdienst tatsächlich heute Morgen, ich habe noch kein Handy gehört, finde ich richtig gut, ich gratuliere euch. Ich bin nämlich manchmal an Ort, da piept zum Ach, vibriert und ich denke, haben wir nicht Zeit, mal eine Stunde das Ding auszuschalten und einfach hinzuhören, was Gott zu sagen hat, ist das schon wieder so wichtig, dass wir quasi nur auf dem Laufenden sein sollten. Viel Veränderung bringt es ja eigentlich nicht. Glaubt mir, ein Mensch, der innerlich unruhig ist, der ständig im Stress ist, der kann innerlich nicht wach sein, der kann innerlich nicht hinhören. Ich glaube, dass die Jünger Jesu, wir merken, sie hat eine gewisse Ruhe in ihrem Leben und wir brauchen eine innere Ruhe, eine innere Ruhe, einen inneren Frieden, damit wir geleitet werden können vom Heiligen Geist. Sonst funktioniert das nicht. Der Heilige Geist will nicht auf dich draufhauen und sagen, so, jetzt musst du aber. Der möchte uns sanft, aber klar leiden. Und deswegen ist es so kostbar, wenn wir lernen, uns nicht treiben zu lassen von den Dingen des Lebens, sondern vielmehr zur Ruhe zu kommen. Nun die nächste Folie, bitte, danke. Voraussetzungen, um vom Geist Gottes geleitet zu werden. Wir wollen jetzt die positiven Seiten anschauen, die, ich glaube, noch viel wichtiger sind, aber manchmal müssen wir sehen, was uns hindert, damit wir das Gute erwählen können. Wir sehen hier ganz simpel, ich glaube, das Erste ist, wir müssen von neuem geboren sein. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus nicht kennst, persönlich kennst, meine ich, dass du sagen kannst, Jesus ist mein Erlöser, mein Herr, dann rate ich dir eines, geh nicht aus diesem Gottesdienst nach Hause, sondern nutz die Gelegenheit, komm auf jemand hier aus den verschiedenen Gemeinden, die Gemeindeleiter oder auf Johannes zu, der heute die Moderation hat, nutz diese Gelegenheit, geh nicht nach Hause, weil du kannst keine Geistleitung erleben, wenn du nicht von neuem geboren bist. Funktioniert nicht. Unser Geist muss von neuem geboren sein, damit wir überhaupt diese himmlische Führung empfangen können. Das ist so ähnlich, wie wenn du ein Smartphone hast, du musst es anschalten, sonst funktioniert das Ding einfach nicht. Und so ist es, der Geist Gottes schaltet dein Geist eigentlich an, damit die Verbindung zum Himmel auch wirklich funktioniert. Das Zweite, wir haben das schon gesehen, ich glaube, wir müssen diese Unabhängigkeit verabschieden. Ich komme immer mehr dahin, wo ich sage, Gott, ich brauche dich täglich, ich brauche täglich deine Führung, ich brauche deine Orientierung, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles, ich habe nicht alle Weisheit, ich brauche deine Weisheit, ich brauche deine Führung, die will ich. Das Dritte, ich glaube, um vom Geist geleitet zu werden, müssen wir Vertrauen haben. Der Geist wird niemand leiten können, der ihm nicht vertraut, denn ich will, dass er uns leitet. Dieses ganz bewusste Ausdrücken, Heiliger Geist, ich vertraue dir, ich werde, auch wenn es manchmal gegen eben meine Kultur oder mein Verstand geht, ich werde dir gehorchen und ich will mein Vertrauen auf dich setzen. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Schritt ist, um in diese Leitung des Geistes hineinzukommen. Der vierte Punkt, ist, Gebet ist keine Zeitverschwendung, sondern Gebet macht dich und mich wach. Ja, ich weiß, wir sind so geschäftige Leute, ja, wir haben alle im Alltag nicht gerade zu viel Zeit. Wir würden eher sagen, die meisten, wir haben zu wenig Zeit. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn es ein voller Tag ist, an was sparen wir? Meistens am Gebet. Würde ich sagen, schlechter, Schlechterrat. Schlechterrat funktioniert eigentlich nicht. Weil gerade wenn der Tag wirklich voll ist, würde ich sagen, brauchen wir eigentlich dringendst Gebet, damit wir die richtigen Prioritäten setzen und eben nicht im Alltag die Orientierung ein Stück weit verlieren und dann rennen wir von einer Sache zur anderen. Das hilft uns ja nicht. Gebet, und ich nenne es mal so wie Paulus, er hat besonders uns Männer angesprochen. Männer, Gebet ist keine Zeitverschwendung. Gebet ist Gewinn. Und Gebet muss man sich zur Priorität machen, das ist nicht automatisch einfach gegeben. Wenn wir denn beten, weil wir noch ein paar Minuten übrig haben, ihr merkt, ich werde ziemlich direkt, aber ich möchte euch helfen, uns allen helfen. Ich weiß, wie es in meinem eigenen Leben ist, ich muss mich entscheiden, diese Zeit für Gott abzusondern und ich werde nicht einfach einen Tag starten, ich werde mit ihm starten. Ich will mit ihm starten. Heißt das, dass du jeden Tag eine Stunde beten musst? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren in vielen Fällen, aber ich würde sagen, fünf Minuten ist auch eigentlich nicht ausreichend. Wenn du nur fünf Minuten in deiner Ehe täglich hast, dann würde ich sagen, gehst du ein Risiko ein für die Ehe. Die Beziehung wird irgendwann kippen. Und genauso ähnlich ist es mit Gott. Wenn du Gott fünf Minuten am Tag gibst, würde ich sagen, wird diese Beziehung nicht viel Tiefgang haben. Deswegen entscheide dich. Ganz bewusst. Wir haben einen jungen Bibelschüler, den mentor ich, den begleite ich und das fand ich so akkurat. Ein Mann mit 20, tolles Abitur, tolle Chancen vor sich. Wir haben ihn gefragt, wie startest du in deinem Tag? Weil ich ihn so ein bisschen beobachtet habe und gemerkt habe, ja, ist ein wacher Typ, er geht die Dinge auch sehr gezielt an und so weiter. Und dann sagt er mir, hör mal, morgens früh, ich stehe auf, das Erste, was ich mache, ich nehme mir Zeit zu beten, um Bibel zu lesen, dann gehe ich zum Frühstück und dann erst schalte ich mein Smartphone ein. Habe ich gesagt, ich gratuliere dir. Hey, mit 20 Jahren, so eine Disziplin, dass das Ding nicht das Erste ist, was eingeschaltet wird, sondern zuerst mal ist Gott dran. Und dann kommt das Ding und das ganze Internet und das ganze Gehetze, was eigentlich damit ein Stück weit unser Leben bestimmt. Ja, da mögen wir jetzt vielleicht sagen, ja, das ist eine harte Disziplin, aber ihr Lieben im Sport, ohne harte Disziplin wirst du keine Siege haben. Und ich muss sagen, ich habe mich so gefreut, ein junger Mann, der so klar ist, dass er sagt, das lenkt mich nur ab. Wenn ich morgens früh aufstehe und zuerst mal auf das Ding gucke, bin ich einfach schon eigentlich falsch orientiert. Das will ich gar nicht. Und setzt das ganz klar in die richtige Reihenfolge, würde ich sagen, und ist sich dessen bewusst, dass also nicht, ja, Gebet Zeitverschwendung ist, sondern Zeitgewinn. Und ich glaube, ihr Lieben im Gebet, und ich aus Zeitgründen würde jetzt da nicht weitere Punkte ausführen, aber oft im Gebet kann sein, dass Gott den kleinen Impuls, für mich ist manchmal innerlich ein Gesicht, was ich plötzlich von jemandem sehe, den ich vielleicht Jahre nicht gesehen habe und ich weiß, in dem Moment Gott möchte, dass ich für den bete. Oder ein Land, ich merke plötzlich, Iran kommt in meinem Herzen immer wieder hoch, dann bete ich für dieses Land, dann segne ich dieses Land, dass der Geist Gottes fortfährt, zu wecken, seine Gemeinde baut, wie er verheißen hat, er wird seine Gemeinde bauen. Es ist gar nicht so schwierig. Wir müssen es nur machen. Das Fünfte, was ich erwähnen möchte, ist die Furcht des Herrn. Ich glaube, wenn wir nicht in der Furcht des Herrn leben, dann werden wir ganz schnell eben von anderen Dingen gelenkt, Menschenfurcht und andere Dinge, die uns in Besitz nehmen wollen. Ich glaube, jemand, der Gott fürchtet, ist jemand, der Gott ehrt und sagt, Gott, du bist mir wichtiger als alles andere. Und wenn du etwas sagst, dann ist mir das für diesen Tag wichtiger als alles andere. Und ihr Lieben, diesen Respekt vor Gott, den verdient er eigentlich. Er ist der Schöpfer unseres Lebens. Hat er nicht das Recht, an erster Stelle zu stehen und auch die Prioritäten unseres Tages zu lenken? Und ich merke manchmal in solchen Zeiten, ja, das ist schon ein gewisser Kampf, das nicht aus dem Blick zu verlieren, dann wenn der Herr morgens früh oder im Verlauf des Tages so eine Priorität selbst zu merken, okay, Achtung, das ist wichtiger als alles andere. Und dem nachzugehen. Der sechste Punkt, ich hatte es vorhin erwähnt, in der negativen Seite ist, zur Ruhe kommen. Ich würde euch sehr empfehlen, einen Tag der Ruhe ganz bewusst einzuplanen. Söhne Gottes, die vom Geist Gottes geleitet sind, ich sage das bewusst, das ist kein Gesetz, aber die haben eine Ordnung, die Gott geschaffen hat und die sonnen einen Tag der Ruhe ab. Weil wenn wir ständig in diesem Gehetze und diesem Stress und immer schneller, immer besser, immer mehr denken, wir sind und erreichen mehr, das ist eine Lüge. Wir wären eigentlich nicht besser, wir wären schlechter, wenn wir immer schneller, immer mehr und so weiter wollen. Wir brauchen diesen Tag der Ruhe. Und wie ihr heute Morgen hier zusammen seid, ich gratuliere euch. Vor Gott zu kommen, diese Zeit abzusondern, ist kein Verlust. Glaubt mir, es ist ein Winn. Gott kann Dinge in unserem Leben sortieren und das brauche ich, das brauchst du, das brauchen wir miteinander. Ich glaube, dass Söhne Gottes, die vom Geist geleitet sind, Menschen sind in einer gewissen inneren Ruhe leben. Ich möchte, wenn wir die nächste Folie anschauen, von Winn Weinmüller eine Formulierung lesen und zwar, Rastlosigkeit raubt uns Gott, der allgegenwärtig ist. Jedoch fehlt uns heute die Fähigkeit, ihm die Aufmerksamkeit zu schenken. Merkt ihr? Gott ist allgegenwärtig, aber wenn wir nicht die Fähigkeit haben, ihm die Aufmerksamkeit zu schenken, dann sind wir nicht in der Lage, seine Impulse zu empfangen. Sind wir nicht. Und deswegen ist das eine Herausforderung für unsere heutige Zeit. Und ich erwähne noch ein weiteres Zitat von Weinmüller. Ein erfolgreiches Leben ist zu einem gewaltsamen Unternehmen geworden. Wir führen einen Krieg gegen unseren eigenen Körper, indem wir ihn über seine Grenzen hinaus belasten. Krieg gegen unsere Kinder, weil wir nicht genug Zeit finden, um bei ihnen zu sein, wenn sie verletzt und verängstigt sind und unsere Nähe brauchen. Krieg gegen unseren Geist, weil wir zu beschäftigt sind, um auf die leise Stimme zu hören, die uns nähren und erfrischen will. Krieg gegen unsere Gemeinschaft, weil wir ängstlich beschützen, was wir haben und uns nicht sicher genug fühlen, um freundlich und großzügig zu sein. Krieg gegen die Erde, weil wir uns nicht die Zeit nehmen können, unsere Füße auf den Boden zu setzen und ihr zu erlauben, uns zu ernähren, ihren Segen zu kosten, uns zu danken. Merkt ihr, wir befinden uns eigentlich in einem fortlaufenden Krieg. Mit uns selbst, mit unserer Umwelt, genau aus diesem Krieg möchte der Herr uns erlösen, herausholen und uns zur Reife führen und wir werden, wie am Freitag begonnen, Information, die wir anwenden, wird Transformation hervorbringen und die führt zur Reife. Deswegen heute Morgen, ihr Lieben, wir wollen also solche Menschen sein und werden, die vom Geist Gottes geleitet sind. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen und dann schließe ich ab. Ich glaube, ein wunderbares Hilfsmittel, was Gott uns gegeben hat, ist die Sprachenrede. Ja, du sagst, das versteht doch kein Mensch. Ja, genau, versteht kein Mensch. Versteht mein Verstand auch nicht. Dein Verstand wahrscheinlich genauso wenig. Aber genau das ist es, was wir brauchen. Unser Verstand muss manchmal zum Schweigen kommen. Wir sind so besetzt von tausend Gedanken und Überlegungen und Geschäftlichkeiten und Sorgen und ich merke von meinem eigenes Leben und ich rate dir das, währenddem du durch den Tag gehst, nicht nur morgens, sondern ein paar Minuten alleine unterwegs oder im Auto und so weiter, sprich in Sprache. Nutze diese himmlische Sprache. Ja, warum? Was ist denn die Logik dahinter? Genau das ist die Logik, dass deine Logik mal zur Ruhe kommt. Und wir lernen und du wirst es merken, sobald du anfängst in Sprachen zu reden, wird dir irgendwie bewusst, ich bin abhängig. Ich bin einfach abhängig. Ich kann das jetzt gerade nicht. Aber glaub mir, das ist der Moment, wo wir ein Stück empfänglich werden und ich erlebe manchmal Dinge im Nachgang, wo ich denke, die habe ich ja nicht mal geplant, die habe ich nicht bewusst, die habe ich die Begegnung habe ich noch nicht mal eingeplant gehabt, aber die war absolut ein Treffer und ich merke, wenn ich zurückdenke, das kann eigentlich nur aus der Sprachenrede kommen. Da hat Gott Dinge insiert genommen und du redest ja Geheimnisse, Dinge, die wir nicht verstehen, aber im Geist redest du Geheimnisse und ich würde sagen, Volltreffer hast du, wenn du im Geist redest. Und deswegen rede viel in diesen Sprachen und wenn du es noch nicht hast, strecke dich aus, suche dir jemanden, der dir hilft, diese Sprachenrede freigesetzt zu werden, denn es ist ein Geschenk. Gott wusste, dass wir das brauchen. Und ihr merkt, eigentlich ist diese Geistleitung, und damit schließe ich ab, gar nicht so kompliziert. Ich glaube, wie wir merken, ohne Neugeburt, ohne geistliches inneres Leben ist es unmöglich. Und wenn wir dieser Hektik und dem Stress des Alltags Tschüss sagen, dann glaube ich, können wir lernen, dem Geist Gottes mehr und mehr zu folgen. Und wenn wir eine Kultur entwickeln in unserem Leben, wo der Heilige Geist Raum hat, auch wie gestern Abend, nicht zuerst auf unseren Verstand, sondern vielmehr unser Herz leiten lassen, du wirst anfangen, als eine Tochter, als ein Sohn Gottes, ich garantiere das, du wirst anfangen, geistgeleitete Momente zu erleben, wunderbare Momente. Und hinterher wirst du staunen und sagen, Gott, vielen Dank, ich bin überwältigt, wie du die Dinge zusammenkriegst. Aber ich hätte sie nicht zusammenbekommen. Versteht ihr? Und das ist doch wunderbar. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Und du wirst ein Mensch werden, der selbstlos in diese Zeit hineinwirkt und nicht egoistisch diese Gesellschaft oder diese Natur eigentlich zerstört. Wir dürfen wieder Leben freisetzen. Geleitet durch den Heiligen Geist. Deswegen lade ich euch ein, dass wir einfach zu diesem Abschluss, ich möchte gerne beten, nochmal aufstehen und dann würde ich es dann Johannes übergeben. Aber ich möchte beten und wenn du das Verlangen oder den Wunsch hast, auch mehr vom Geist geleitet zu werden, dann darfst du das auch in deinen eigenen Worten dem Herrn sagen. Ich möchte das einfach von hier vorne in einem Gebet zusammenfassen, aber ich glaube, wir wollen solche Menschen werden, die einen Unterschied machen in dieser Zeit durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Vater, du hast deinem Wort so deutlich dargestellt, wie diese Schöpfung an unhörbarer Schrei, an Seufzen, an Leid, an Bedrängtsein, wehen, dass eben nicht nur diese, ja, diese Tragik und diese Dinge in dieser Welt geschehen, sondern an wen das die Antwort hervorkommt, deine Söhne und Töchter, die vom Geist geleitet sind. Und ich segne jetzt heute Morgen hier jeden Einzelnen. Ich bitte dich, Geist Gottes, komme ganz neu, fülle deine Söhne und deine Töchter. Und ich bete, dass wir lernen, in dieser einfachen Abhängigkeit vom Geist Gottes zu leben, nicht unvernünftig, aber letztendlich in einem tiefen Vertrauen, dass du uns richtig führen wirst, um deines Namens willen. Und ich bete, dass außergewöhnliche Dinge geschehen mitten im Alltag, dass der Einzelne erlebt, ob es mit Nachbarn oder Kollegen bei der Arbeit, Lösungen, die du hast, himmlische Führungen da sind und dass du dich verherrlichst in jedem von unseren Leben und dass wir ein Stück weit eine Antwort in diese kaputte Gesellschaft hinein sein dürfen, weil wir vom Geist Gottes erfüllt leben. In Jesu Namen. Seid gesegnet dazu. Amen. 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 Amen.